Wir haben einen Panzer entdeckt. Kein BMP. Richtiger Panzer. Ich bin stolz auf euch. Sollen wir jetzt ausschalten? Das wäre gut. Oder sollen wir den mit Papierkügelchen bewerfen? Wer kriegt? Wohl, direkt Nachschub. Oh! Nein, ich komme Max. Ich muss nicht mal was denn her. Gegner down. Lade nach. Okay, ähm... Boomer, leg an den Fuß von dieser... Von dem Radarturm. Den müssen wir doch sprengen hier, ne? Ja. Warte, warte, warte. Müsst reichen. Und noch was weiter. Okay, spreng. Das Ding muss genau in der Mitte einfach unten stehen. Boah, der ist genau in unseren Rücken reingelaufen. Das war knapp. Ja, der hat gerade auf uns geschossen. Ich war auf das Arsch versehen. Fertgeil, wir haben Fahrzeug Richtung 355 auf der Straße in Bastam. Hat eine Flecktarn anstrich. Könnt ihr das sehen? Ist das so ein kleiner Jeep? Den hatten wir vorhin schon mal beschossen. Der steht seitdem da rum. Ich weiß gar nicht wo. Werde beschossen? Ja, okay, alles klar. Ja, okay, alles klar. Los, rein hier. Den drin. Gebäude geradeaus, sichere linke Tür. Copy. Ich komm mit nach links. Geh unten durch. Bin in der Mitte. Aufmachen, Bad Guy. Langer Flur. Flur frei. Tür geradeaus. Sichere Tür geradeaus. Copy, sichere Treppenaufgang. Vorsicht, ich komm um die Ecke. Vorsicht, Bad Guy. Ich komm um die Ecke. Ist ein Medic beim Bad Guy? Ich bin hier. Wie war's? Ist auch aufgeschätzt. Hat er gerade welche? Wir brauchen den Medic aus dem zweiten Team. Anastasia ist jetzt auch bewusstlos geworden vor Schmerzen. Eine Granate von McKee Richtung Nord-Ost. An eine rote Mauer. Moment. Hinter die rote Mauer, da wo die Ruine ist. Hinter die rote Mauer, wo die Ruine ist, genau. Nord-Ost, Ruine, rote Mauer, da hinter. Okay, was ist die Entfernung? Ich messe gerade, Moment. Wird gerade bestimmt, Moment. 150. 150. 105. Ist das da, wo der Smoke ist? Nein, ich sehe da keinen Smoke. Da ist noch ein Loch in der Ruine. Nord-Osten weiter links, 90 Grad nach links vom Smoke. Da wo diese Lagerhalle ist, die kaputte. Ich sehe da nicht hin durch den Baum. Da ist noch ein Fenster weiter links. Genau, komm hier in unseren Raum. Ich übernehme deine Seite hier. Bad Guy, wir rennen jetzt rüber über die Straße zum anderen Gebäude. Verstanden. Okay, eins. Eins, zwei, drei. Und los. Junior, rechts an die Ecke gehen. Junior, rechts an die Ecke gehen. Junior, rechts an die Ecke gehen. Okay, mein Team weiß, dass es vorgehen. Okay, wir bleiben erstmal so stehen. Wenn ich Zeichen gebe, sammeln wir uns bei Anastasius an der linken Ecke. Und dann gehen wir dort längst an der Auswand lang und dann rechts in den Eingang rein und sichern das Gebäude. Junior, ich habe gesagt, erstmal weiter in die Richtung gehen. Du musst weiter an der Ecke sichern. Ja. Okay, mein Team, los geht's. Wir sammeln uns bei Anastasius, wie besprochen, rein ins Gebäude. Nur, zwei Türen links, zwei rechts, rechts. Nein, 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 nein. Zwei sind an mir vorbei, wo ist der dritte? Vorbei. Ich gehe in den nächsten Raum. Der Startleer. Flieg unter Beschuss, kannst du hinterherkommen. Das Gebäude gegenüber der Straße, das sind unsere Leute drin. Komm hier mal auf mein Fenster. Okay. Hier, da siehst du. Ja, Copy, ich habe Sichtkontakt. Bestätige, sie sehen auf. Ja, Villa ist es nicht wirklich, aber ja. Auf geht's. Eins geht. Das MG bleibt hier an der Mauer und sichert. Okay. Soll MG? Ja. Die rechte Straße von dem Auto, wo wir rein sind, verlaufen wir. Ein Gegner im Hinterhof, erwischt. Okay, wir verteilen uns hier an den Fenstern und sichern das Vorrücken des anderen Teams. Schuss. Das ist ein enges Gebäude. Bad Guy, hier jetzt vorrücken nach Osten zu dem Gebäude, was südöstlich von uns ist, auf der anderen Straßenseite. Auf der anderen Seite. Gegner an der Kirche erledigt, der wollte wieder aufstehen. Mein Team sammeln, unten in der Bar, bei mir. Okay, Jungs. Wir gehen jetzt hier wieder links, äh, aus der Tür raus, links rum, der Straße entlang, ins nächste Gebäude. Das ist auch das Gebäude, wo die Zielperson drin ist. Die müssen mal um die Ecke bringen. Vorgehen wie immer. Auf geht's. Eins geht's rum. Eins, zwei, drei. Rechts ist frei. Okay, Raum ist auch frei. Bad Guy, die erste Doppelhaushälfte ist frei. Wir gehen jetzt in die zweite. Über, ja. Wer war das? Wer schießt? So, zügig. Einer wurde von uns erledigt. Hoppy, danke. Zielperson erledigt. Okay, ich hab die Zielperson erwischt. Du meinst einfach an die Mauer ran, oder was? Das könnte reichen, wenn du Glück hast. Warte mal, ich dachte, die Entfernung. 75 Meter. Da kommst du in die Splitter einzeln, äh, siehst du die Splitter einzeln näher kommen, ey. Okay. Ja, der liegt sicher aber noch. Ich hab nicht mehr, was Pum macht. Das war jetzt nur noch Farbe. Okay, Team eins. Das war ich. Pull up, pull up. Oh, jetzt hab ich aber ein Licht vor mir, das ist gerade nur mit der Runway. Okay. Pull up, pull up. Vielleicht ziehen die rechts von von oben. Pull up, pull up. 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 I bring here to town. I bring here to town. He is the floor. Oh my God! Hey Jungs, ab zur Nachbesprechung. Runter! Polizei sofort runter! Jetzt ist mein Arm gebrochen. Also ich bin jetzt verletzt. Hör auf damit! Verdammt! Verflucht! Ja, meiner ist auch los. Ja, meiner ist auch los. Ich schaff. Ja, meiner ist auch nicht nur, aber es ist auch los. Er ist ein, der ist doch dritte,